Hallo liebe Freunde und Freunde des Brettspiels und herzlich willkommen zu Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal für alles rund um Brettspiele. Nach einer großen Brettspielmesse hat man meistens erstmal so viele Spiele auf dem Stapel, dass man gar nicht alle in so kurzer Zeit und so häufig spielen kann, dass man sich ein finales Urteil darüber bilden kann. Trotzdem möchte ich euch auch kurzfristig ein paar Spiele von der letzten Messe in Essen vorstellen können und deswegen in einem neuen Kurzformat auch ein paar Kurzvorstellungen machen. Heute zeige ich euch Underwater Cities und das kommt jetzt kurz auf den Tisch. Und damit nochmal herzlich willkommen zu der Kurzvorstellung von Underwater Cities von Wladimir Suki. Das Spiel ist erschienen bei Delicious Games, die Illustrationen sind von Milan Wavron. Das Spiel dauert ungefähr 40 Minuten pro Spieler und wird ab 14 Jahren empfohlen. Und darum geht es in Underwater Cities. In einer vielleicht gar nicht allzu fernen Zukunft ist die Welt überbevölkert und wir benötigen neuen Lebensraum. Was liegt da näher, als unser Heil unter Wasser zu suchen? Zum Glück bauen wir unsere Städte allerdings nicht à la Rapture, also für die reichen und besonders wahnsinnigen. In einem Worker-Placement- und Aufbauspiel bauen wir über zehn Runden in drei Generationen unsere Städte unter Wasser auf. Dafür nutzen wir unser Ressourcenmanagement und vor allem die Worker-Placement-Aktionen. Der Spielablauf ist dabei denkbar einfach. Pro Runde hat jeder Spieler drei Worker, die in Spielereihenfolge nach und nach platziert werden. Dabei lösen wir Aktionen aus, die uns verschiedene Ressourcen geben und uns beim Aufbau unserer Stadt helfen. Dabei haben wir verschiedene Strategien und Herangehensweisen, um im Laufe des Spiels Siegpunkte zu sammeln. Wer am Ende des Spiels am meisten Siegpunkte hat, ist der Gewinner. Nun hat wahrscheinlich jeder von uns schon verschiedene Worker-Placement-Spiele gespielt, aber Underwater Cities, finde ich, verbindet diesen Mechanismus ganz wunderbar mit einem Aufbauspiel. Außerdem hat das Worker-Placement hier auch noch einen gewissen Kniff. Dieser mag erstmal relativ banal wirken, aber ich finde, er ist doch recht erfrischend und ausgereift. Wir haben Zugriff auf 15 verschiedene Aktionen und diese sind in drei verschiedene Farben eingeteilt. Jedes Mal, wenn man einen Worker platziert, spielt man dazu auch eine Karte aus. Wenn die Karte der Farbe des Worker-Placement-Feldes entspricht, löst man auch den Karteneffekt aus. So wird man dafür belohnt, wenn man eben die Karten passend auch zu seiner Aktion spielt. Die Balance gibt es dabei dadurch, dass bei der einen Farbe der Effekt der Aktion etwas stärker ist, dafür die Aktion der Karten etwas schwächer und umgekehrt. So ist es natürlich optimal, wenn man die Sonderaktion der Karten immer nutzen kann. Man hat aber trotzdem die Flexibilität, auch mal ein anderes Worker-Placement-Feld zu bespielen, auch wenn man gerade keine passende Karte dazu hat. Und das kommt natürlich ab und zu vor, denn wie in jedem Worker-Placement-Spiel kann ein Feld auch mal blockiert sein, obwohl man es gerade braucht. Das Spiel hat im Vorfeld der Messe schon durch sein Material mal ein Interesse geweckt. Die Kuppeln, mit denen man die Städte baut, sind schon etwas Außergewöhnliches und es sieht am Ende des Spiels wirklich schön aus, wie man auf seinem Tableau die Städte gebaut hat. Allerdings ist beim Material auch nicht alles Gold, was glänzt, weil vor allem die Playerboards hätten doch gerne aus richtiger Pappe sein können. Dafür sind aber die Illustrationen der Karten sehr schön und vor allem auch einheitlich. Außerdem gibt einem das Spiel sehr viele Möglichkeiten zu punkten und auch verschiedene strategische Herangehensweisen. Man kann so zum Beispiel sehr stark auf den Städtebau setzen, also auch einfach in die Breite gehen. Man kann aber auch einzelne Städte sehr stark ausbauen oder vielleicht auch einfach die Verbindung zu den großen Metropolen schaffen, die sich am Rande unseres Playerboards befinden. In meinem ersten Durchgang mit einer sehr erfahrenen Spielergruppe kamen wir alle in einem Punktebereich um die zehn Punkte zueinander ans Spielende und das zeigte mir auch, dass die verschiedenen Strategien halt tatsächlich auch gut funktionieren können. Wir hatten auch sehr viel Spaß und durch den Worker Placement Mechanismus gibt es sehr sehr wenig Downtime. Dennoch möchte ich mich mit einem finalen Urteil über Underwater Cities und einem längeren Video dazu noch ein wenig zurückhalten, bis ich weitere Partien gespielt habe. Bislang habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass Vladimir Suki, der letztes Jahr bereits mit Pulsar 2849 auf sich aufmerksam gemacht hat, auch wenn mir das nicht so gefallen hat, hier ein sehr solides Spiel zusammengebaut hat, dass er mit Delicious Games übrigens im quasi familieneigenen Kleinstverlag rausgibt. Über diesen müsste es auch noch ein paar letzte Rest Exemplare geben. Seid am besten schnell, wenn euch das Spiel interessiert und schickt eine E-Mail an info at deliciousgames.org. Ganz wichtig, ich kriege hierfür kein Geld, mir gefällt wirklich einfach das Spiel und hoffe, dass das auch erfolgreich ist und sich mein positiver Ersteindruck hier bestätigt. Und damit kommen wir auch schon zum Ende von meinem Video dieser Kurzvorstellung von Underwater Cities von Vladimir Suki. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und gebt mir ein Abo, damit ihr auch zukünftig keines meiner Videos verpasst. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Wir sehen uns. Ciao!